In der Folge zu Wärmepumpen im Altbau habe ich schon gezeigt, dass die Elektrifizierung der Gebäudebeheizung bereits in vollem Gange ist. In Zukunft werden immer mehr und bis 2050 voraussichtlich die allermeisten Wohngebäude mit elektrischen Systemen beheizt werden. Und dann stehen da auch immer mehr Elektroautos vor den Haustüren. Strom spielt in Wohngebäuden damit eine zunehmend wachsende Rolle. Und damit eben auch der Strom vom Dach, also der Strom aus Photovoltaikanlagen, der direkt vor Ort erzeugt wird. In meinen Energieberatungen ist die Photovoltaik momentan auf jeden Fall eines der Top-Themen. Ich weiß nicht, wie oft ich schon die Frage gestellt bekommen habe, ob man mit einer Wärmepumpe in Verbindung mit einer Photovoltaik sich selbst versorgen und unabhängig von Stromversorgern machen kann. Und das ist nur eine von vielen Fragen, die sich Beratungsempfängerinnen rund um die Photovoltaik stellen. Zeit also, sich um diese Fragen mal innerhalb einer eigenen Folge zu kümmern. Liebe Freunde der Sparkunst, wäre es nicht cool, vollständig autark von jeglichen Stromversorgern zu sein. Man produziert seinen Strom selbst, speichert diesen in großen Speichern und greift, wann immer er gebraucht wird, darauf zu. Klingt absolut verlockend und sollte rein theoretisch doch auch möglich sein, oder? Die erforderlichen Komponenten, die es dazu braucht, gibt es ja schon. Auf der einen Seite die Photovoltaikanlage, um den Strom zu erzeugen, und auf der anderen Seite die Stromspeicher, um den Strom zwischenzuspeichern. Um ihn auch dann nutzen zu können, wenn nachts zufällig mal keine Sonne scheint. Soll ja ab und zu mal vorkommen, habe ich gehört. Bei der Vorbereitung für diese Folge war allerdings ziemlich schnell klar, dass Photovoltaik und Stromspeicher zusammen den Rahmen einer einzigen Folge komplett sprengen würden. Daher gibt es für den Speicher eine eigene Folge. Und hier und jetzt geht es erstmal ausschließlich um das Thema Photovoltaik. Und zwar rein um die Kleinanlagen. Anlagen also, die man typischerweise auf Einfamilienhäuser oder kleine Mehrfamilienhäuser schraubt und die eine Spitzenleistung von bis zu 10 Kilowatt Peak haben. Und damit wir auch alle die mitnehmen, die sich möglicherweise noch überhaupt nicht oder nur oberflächlich mit Photovoltaik beschäftigt haben, gehen wir zusammen Punkt für Punkt durch. Und jetzt und hier beginnen wir mit den wichtigsten Basics, die da wären. Was ist das überhaupt? Photovoltaik? Photovoltaik oder auch kurz PV genannt, nennt man die Technik, bei der Sonnenenergie direkt und ohne Umwege durch sogenannte Solarmodule oder Paneele in elektrische Energie und zwar in Gleichstrom umgewandelt wird. Denken Sie, ich weiß das nicht. Wir alle wissen es. Ach, wir haben doch ja weh. Gentlemen, gentlemen. Ich weiß, Sie alle sind besorgt. Und ich stimme Ihnen zu. Es gibt viele Gründe, sich Sorgen zu machen. Wie diese Solaranlage zum Beispiel, die schon betriebsbereit vor Los Angeles steht. Photovoltaische Zellen. Sie wandern das Sonnenlicht direkt in die Elektrizität um. Verstehen Sie? Diese Szene aus dem Film Die nackte Kanone stammt aus dem Jahr 1988. Zu dieser Zeit wurde die Photovoltaik bereits in zahlreichen großtechnischen Anlagen genutzt. Die ersten Photovoltaischen Anwendungen gab es allerdings schon einige Jahrzehnte davor. Die erste funktionierende Soldatzelle auf Basis von Silizium wurde bereits 1954 der Öffentlichkeit vorgestellt. Also vor fast 70 Jahren. Und bereits vier Jahre später, im Jahr 1958, erfolgte dann der erste technische Einsatz von Photovoltaikelementen und zwar als Stromversorgung eines Funksenders für den Satelliten Vanguard 1. Danach blieb das Haupteinsatzgebiet der Photovoltaik die Energieversorgung von Satelliten, bevor sie später dann auch zivil genutzt wurde. Ihren Durchbruch als Massenprodukt wurde aber erst durch die Einführung des Erneuerbaren-Energien-Gesetzes in Deutschland im Jahr 2000 ermöglicht. Mittlerweile findet man kaum noch einen Ort oder eine Siedlung, wo nicht mindestens ein Gebäude mit einer Photovoltaikanlage ausgestattet ist. Heute ist die Photovoltaik auch im Einfamilienhausbereich eine längst etablierte Technik zur dezentralen Stromerzeugung. Wie wir ja bereits gehört haben, liefert eine PV-Anlage Gleichstrom. Da wir allerdings ein Stromnetz haben, das uns mit Wechselstrom versorgt, muss der Sonnenstrom zur Nutzung im Haushalt noch durch einen sogenannten Wechselrichter geschickt werden. Erst dann können wir den Nutzen und überschüssigen Strom auch ins Netz einspeisen. Die Größe bzw. Leistung einer Anlage wird gemäß ihrer elektrischen Maximalleistung im Kilowatt-Peak angegeben. Diese Kilowatt-Peak beschreibt, was eine Anlage bei maximaler Sonnenanstrahlung in der Spitze, also im Peak, leisten kann. Für einen Kilowatt-Peak braucht man heute rund 6 Quadratmeter Photovoltaik-Modulfläche. Eine PV-Anlage mit 30 Quadratmetern Modulfläche hat entsprechend eine Stromspitzenleistung von 5 Kilowatt-Peak. Und der Grund, warum ich in dieser Folge nur Anlagen bis 10 Kilowatt-Peak betrachte, liegt einfach darin, dass es bei den meisten Einfamilienhäusern gar nicht mehr geeignete Dachfläche gibt als die dafür erforderlichen 60 Quadratmeter. Die für Kleinanlagen heute üblicherweise verwendete Technik, das sind die sogenannten Monokristallinenzellen. Die sind etwas teurer als die alternativen Polykristallinen, dafür aber auch etwas effektiver. Und das ist bei Einfamilienhäusern, bei denen die PV-Flächen begrenzt sind, natürlich von Vorteil. Und da sich der absolute Preisunterschied zwischen den beiden Modultechniken in den vergangenen Jahren immer weiter verringert hat, setzt man heute sinnvollerweise für kleine Anlagen die etwas effektiveren Monokristallinenzellen ein. Ich habe Ende 2020 dazu mit einem Geschäftsführer einer PV-Anlagenfirma sprechen können, der mir bestätigte, dass er in seiner Firma im Kleinstanlagenbereich schon seit einiger Zeit ausschließlich Monokristallinenzellen verkauft. Und dieser Trend lässt sich auch an der globalen Produktion ablesen. Zwischen 2016 und 2019 hat sich der Anteil der Monozellen von 25% auf 65% mehr als verdoppelt. Photovoltaik wird zu den erneuerbaren Energieformen gezählt, da der Strom mithilfe der Solarzellen extrem klimafreundlich produziert wird. Denn CO2-Emissionen fallen bei der Photovoltaik lediglich bei der Produktion der Anlagen an. Eine der am häufigsten gestellten Fragen in meiner Beratung ist die, ob bei der Produktion von PV-Modulen am Ende nicht sogar mehr Energie verbraucht wird, als diese im Betrieb produzieren. Die Antwort darauf ist eindeutig Nein. Das lässt sich anhand von zwei Kennwerten wunderbar verdeutlichen. Zum einen an der sogenannten Energierücklaufzeit, die manchmal auch als energetische Amortisation bezeichnet wird. Diese beschreibt die Zeitspanne, über die eine Anlage betrieben werden muss, um die für die Produktion investierte Energiemenge wieder reinzuholen. Eine Studie des Fraunhofer ISE hat für PV-Anlagen eine energetische Amortisationszeit von rund einem Jahr ermittelt. Danach produziert eine Anlage nur noch Stromüberschüsse. Und dann gibt es da auch noch den sogenannten Erntefaktor. Der beschreibt das Verhältnis zwischen der von der PV-Anlage über deren Lebensdauer erzeugten Energie und der für ihre Produktion aufgewendeten Energie. Bei einer Lebensdauer von 25 bis 30 Jahren folgt daraus ein Erntefaktor von deutlich über 20. Das heißt, die Anlage produziert im Laufe ihres Betriebs 20 Mal mehr Strom, als für ihre Produktion benötigt wurde. Und durch dieses extrem positive Verhältnis ist auch die Klimabilanz von PV-Strom extrem positiv. Und zwar um den Faktor 13 Mal besser als der Strommix in Deutschland. Also der Strom, der sich aus dem Mix sämtlicher vorhandenen Stromerzeugungsarten ergibt. Das bedeutet, dass in jeder Kilowattstunde Strom, die durch PV produziert wird, nur ein Dreizehntel der CO2-Menge steckt, als in unserem Strommix. Wer mehr darüber wissen will, kann sich dazu die Energiesparkommissar-Folge zum Thema Ökostrom anschauen. Den Link findet ihr hier oben. Klar ist also, dass die Klimabilanz von PV-Anlagen positiv ist. Von daher ist Photovoltaik ökologisch erstmal uneingeschränkt empfehlenswert. Nun bleibt aber die Frage, arbeitet sie in den vergleichsweise sonnenarmen Ländern wie hier in Mitteleuropa denn auch wirtschaftlich? Oder anders gefragt, sind PV-Anlagen nicht nur eine ökologische, sondern auch eine wirtschaftliche Investition? Ja, das sind sie. In Deutschland liegt die solare Einstrahlung zwischen 950 und 1050 Kilowattstunden. Im Mittel also bei rund 1000 Kilowattstunden pro Quadratmeter. In Österreich und der Schweiz liegt die Einstrahlung im Mittel sogar etwas darüber. Wie wir zu Beginn gesehen haben, schafft es eine monokristalline Zelle, rund 20% des auf sie treffenden Sonnenlichts in elektrische Energie umzuwandeln. Das bedeutet, pro Quadratmeter PV-Fläche hat man einen potenziellen Stromertrag von 200 Kilowattstunden pro Quadratmeter. In der Praxis liegt die Ausbeute jedoch etwas darunter. Ganz grob kann man sagen, liegt der Flächenbedarf um 1000 Kilowattstunden Strom zu erzeugen momentan bei rund 6 Quadratmetern. Und die entsprechen gleichzeitig einer Anlagengröße von rund einem Kilowatt Peak. Das hatten wir ja schon. Und weil das ein ganz wichtiger und zentraler Zusammenhang ist, kommt hier das Ganze nochmal ganz langsam zum Mitschreiben. Für eine Anlage mit einer Leistung von einem Kilowatt Peak wird momentan eine Fläche von rund 6 Quadratmetern benötigt. Und diese Fläche hat dann einen jährlichen Stromertrag von rund 1000 Kilowattstunden. Die Kosten für eine Kilowatt Peak-Anlage sind in den Nullerjahren extrem gefallen. Aber auch in den vergangenen 8 Jahren gingen die Modulpreise im Mittel um weitere 5% im Jahr runter. Anfang 2021 lag der Preis für einen Kilowatt Peak dann bei rund 1200 Euro. Wenn man sich die Entwicklung der Preise mal genauer anschaut, dann ist davon auszugehen, dass es auch in Zukunft noch moderate Kostensenkungen geben wird. Große Preissprünge nach unten wie in den vergangenen 20 Jahren sind allerdings nicht mehr zu erwarten. So, nun kennen wir also schon mal den solaren Ertrag und die Kosten für eine Anlage kennen wir auch. Bleibt noch die Frage nach dem wirtschaftlichen Vorteil. Um uns dem zu nähern, ist es erforderlich eine neue Begrifflichkeit einzuführen und zu erklären. Und zwar den Eigenverbrauchsanteil. Denn nicht alles, was eine PV-Anlage an Strom produziert, können wir auch direkt verbrauchen. Das kann man wunderbar am Tagesverlauf einer typischen Stromverbrauchs- und PV-Ertragskurve erkennen. Hier sieht man schnell, dass Verbrauch und Ertrag überhaupt nicht zusammenpassen. Lediglich der orangefarbene Teil ist der von der PV-Anlage produzierte Strom, den wir direkt verbrauchen können. Der überschüssige PV-Strom wird ins Netz eingespeist. Der Teil des erzeugten PV-Stroms, der direkt genutzt werden kann, den nennt man auch den eben schon erwähnten Eigenverbrauchsanteil. Und je höher der Eigenverbrauchsanteil ist, desto weniger Solarstrom wird auch ins Netz eingespeist. Und der Anteil liegt ohne Speicher für typische Stromverbräuche und Anlagengrößen immer deutlich unter 50, also eine Größenordnung von 25%. Wichtig ist das deshalb, weil sich der wirtschaftliche Vorteil zwischen selbst genutzten Strom und dem ins Netz angespeisten Strom enorm unterscheidet. Wenn ihr in eurer Stromrechnung mal nachschaut, werdet ihr feststellen, dass ihr für eine Kilowattstunde Haushaltsstrom einen Preis von um die 30 Cent bezahlt. Vielleicht etwas mehr und vielleicht auch etwas weniger. Für jede Kilowattstunde Strom, die ihr einspeist, bekommt ihr aber nur einen Bruchteil davon. Im Januar 2021 lag der Preis für jede eingespeiste Kilowattstunde, die sogenannte Stromeinspeisevergütung, bei 8,16 Cent. Aber die geht mit jedem Monat, in dem mehr Photovoltaik auf deutsche Dächer geschraubt wird, immer weiter nach unten. Denn die Stromeinspeisevergütung ist degressiv, direkt an den Zubau von PV-Anlagen gekoppelt. Und da momentan wieder ein regelrechter Photovoltaik-Boom eingesetzt hat, ist davon auszugehen, dass sich die Stromeinspeisevergütung in den kommenden Jahren um zusätzliche Cent reduzieren wird. Diese Stromeinspeisevergütung bekommen Anlagenbetreiberinnen übrigens garantiert über 20 Jahre. Je später man aber einsteigt, desto geringer ist sie. Dieser deutliche Preisunterschied zwischen Eigenverbrauch und Stromeinspeisung macht schnell klar, dass die Wirtschaftlichkeit einer Anlage maßgeblich durch den Eigenverbrauchsanteil beeinflusst ist. Denn mit jeder Kilowattstunde, die ich selbst verbrauche, spare ich rund 30 Cent Stromkosten ein. Bei der Stromeinspeisung erhalte ich allerdings fast nur ein Viertel davon als Vergütung. Daher erklären wir als nächstes mal die Frage, wie hoch der Eigenstromanteil in einem typischen Haushalt denn sein könnte. Und dafür nutzen wir ein kleines Tool, das von der Hochschule für Technik und Wirtschaft, der HTW in Berlin, entwickelt wurde. Auf ihrer Website betreibt die HTW ein kleines, aber feines Informationsportal über erneuerbare Energiesysteme und Klimaschutz. Und auf diesem findet sich ein kleiner Solarspeicherunabhängigkeitsrechner zur freien Nutzung. Auch wenn der Rechner eigentlich ein Solarspeicherrechner ist, kann man ihn auch für eine reine Photovoltaikanlage ohne Speicher nutzen, indem man die Speicherkapazität einfach auf Null stellt. Den Link zum Rechner findet ihr in der Videobeschreibung. Wenn ihr den Rechner nutzen wollt, müsst ihr euch zunächst euren Stromverbrauch aus eurer Stromrechnung ziehen. Ich verwende für unser Beispiel den im Infotext genannten typischen Haushaltsstromverbrauch von 4000 kWh. Wenn wir im Rechner nun die kleinste mögliche Photovoltaikleistung von 0,1 kW Peak einstellen, das wäre eine Anlage von ungefähr 0,6 m², dann sehen wir, dass der Eigenstromanteil bei fast 100% liegt. Das bedeutet, wenn wir eine sehr kleine Anlage haben, ist der Stromertrag so gering, dass wir nahezu alles, was die Anlage an Strom produziert, auch selbst verbrauchen können. Der sogenannte Eigenstromanteil ist daher fast 100%. Damit wir den Rechner jetzt nicht für jede Anlagengröße neu einstellen müssen, habe ich das mal für Anlagengrößen bis 10 kWh Peak vorbereitet. Das Ergebnis, das seht ihr jetzt hier. Wenn wir die Anlagengröße langsam erhöhen, reduziert sich der Eigenstromanteil des PV-Stroms relativ schnell. Schon bei einer Anlagengröße von einem kWh Peak sinkt der Eigenstromanteil auf 65%. Das heißt, 35% des PV-Stroms müssen wir ins Netz einspeisen. Bei einer 30 m² Anlage, also mit 5 kWh Peak, liegt er bei 25%. Und bei einer 10 kWh Peak-Anlage geht der Eigenstromanteil runter auf 15%. Wenn es also unser Ziel wäre, einen möglichst großen Eigenstromanteil zu haben, dann müsste die entsprechende Anlage also möglichst klein sein. Denn meisten Menschen wird der Eigenstromanteil aber ziemlich egal sein. Viele wollen ja möglichst viel Strom selbst erzeugen, um möglichst unabhängig oder autark von den Energieversorgern zu sein. Und das erreicht man nicht mit einem hohen Eigenstromanteil, sondern eher mit einem großen Autarkiegrad. Ein Autarkiegrad von 0% bedeutet dabei, man produziert gar keinen eigenen Strom und ist voll abhängig von Stromlieferungen. Mit einem Autarkiegrad von 100% wäre das Ziel der Stromunabhängigkeit erreicht. Also schauen wir mal, wie sich der Autarkiegrad bei unserem Beispiel verhält. Praktischerweise wird dieser von unserem Unabhängigkeitsrechner gleich mitgeliefert. Wir sind immer noch bei einem Jahresverbrauch von 4000 kWh. Bei der Kleinstanlage mit 0,1 kWh Peak läge der Autarkiegrad bei gerade mal 2%. Da ist es noch nicht so weit her mit der Unabhängigkeit. Bei einem kWh Peak steigt die Autarkie aber schon auf 17% an. Erhöhen wir die Anlagengröße weiter auf 5 kWh Peak sind es schon 32%. Und wenn wir die Anlagengröße jetzt noch einmal von 5 auf 10 kWh Peak verdoppeln, steigt der Autarkiegrad zwar nochmal, jetzt aber nur noch um zierliche 5% auf 37%. Ihr seht also, um einen möglichst großen Autarkiegrad zu erreichen, muss die Anlage groß sein. Aber Größe allein reicht nicht aus, denn egal wie groß eine Anlage auch sein wird, spätestens wenn die Sonne am Abend verschwindet, wird sie nichts mehr produzieren. Für einen hohen Autarkiegrad braucht man daher zusätzlich und unbedingt einen Stromspeicher, um Stromüberschüsse am Tag speichern zu können, um diese dann zur Verfügung zu haben, wenn die Anlage gerade nichts liefert. Ohne Speicher sind dem Autarkiegrad ansonsten eindeutige Grenzen gesetzt. Aber wie gesagt, um den Speicher kümmern wir uns erst in der nächsten Folge. Als nächstes möchte ich mit euch klären, ob es eine optimale Anlagengröße gibt, und zwar wenn es um den reinen wirtschaftlichen Betrieb geht. Das geht leider nicht mehr mit dem Online-Rechner der HTW. Dafür müssen wir jetzt selbst ein bisschen rechnen. Um uns einer wirtschaftlichen optimalen Größe anzunähern, brauchen wir folgende vier Informationen. Die Anlagenkosten kennen wir. Die liegen aktuell bei den schon genannten 1200 Euro pro Kilowatt Peak. Den Stromertrag für meinen Standort. Wir nehmen für unser Beispiel mal den Mittelwert für Deutschland von rund 1000 Kilowattstunden im Jahr pro Kilowatt Peak an. Für die Stromkosten pro gekaufte Kilowattstunde rechnen wir mal mit unserem Preis von 30 Cent. Und für jede Kilowattstunde Strom, die wir einspeisen, nehmen wir, Stand Januar 2021, 8 Cent. Jetzt müssen wir einfach folgendes tun. Wir nehmen mal eine Anlage von, sagen wir, 5 Kilowatt Peak. Die kostet uns 5 mal 1200 Euro, also 6000 Euro. Und wenn wir diese 6000 Euro schnell, sagen wir, über 10 Jahre zurückzahlen wollen, kostet uns die Anlage 600 Euro pro Jahr. Diesen 600 Euro Kosten stehen die jährlichen Einsparungen der Stromkosten durch den Eigenverbrauch und die Einspeisevergütung für den eingespeisten Strom gegenüber. Der Stromertrag liegt bei der 5 Kilowatt Peak Anlage bei 5 mal 1000, also bei rund 5000 Kilowattstunden. Davon können wir bei einem Eigenverbrauchsanteil von 25 Prozent 1250 Kilowattstunden für 30 Cent pro Kilowattstunde einsparen. Macht 375 Euro. Hinzu kommen 75 Prozent, also 3750 Kilowattstunden, zu 8 Cent Einspeisevergütung. Macht nochmal 300 Euro für die Stromeinspeisung. Zusammen sind das 675 Euro. Ziehen wir davon die jährlichen Rückzahlungen von 600 Euro Anlagenkosten ab, ergibt sich ein kleiner Überschuss von 75 Euro pro Jahr. Ja, klingt erstmal nicht viel, aber damit wird eines klar. Die Anlage finanziert sich auf diese Weise über 10 Jahre komplett von selbst. Und nach 10 Jahren, wenn die Anlage abbezahlt ist, gehen die berechneten 675 Euro für weitere 10 Jahre Jahr für Jahr auf unser Guthabenkonto. Damit können wir schon mal sagen, eine Photovoltaikanlage im Einfamilienhausbereich kann nicht nur aus Klimaschutzgründen, sondern auch wirtschaftlich uneingeschränkt empfohlen werden. So weit, so gut. Aber die 5 Kilowatt Peak haben wir jetzt ja erstmal nur zufällig ausgewählt. Es bleibt immer noch die Frage nach der wirtschaftlichsten Anlagengröße. Um das herauszubekommen, müssen wir die gerade gemachten Rechnungen nicht nur für die eine, sondern für jede mögliche Anlagengröße bis 10 Kilowatt Peak durchrechnen und die Ergebnisse miteinander vergleichen. Und damit es nicht so lange dauert, habe ich da mal was vorbereitet. In diesem Diagramm habe ich mal den wirtschaftlichen Überschuss und den Verlust für Anlagengrößen von 0,1 bis 10 Kilowatt Peak für den Stromverbrauch von 4000 Kilowattstunden dargestellt. Und zwar für den Fall, dass die Anlage über 10 Jahre abbezahlt werden soll. Zinsen sind der Einfachheit halber hier einfach mal nicht betrachtet. Und damit uns der Zusammenhang der Wirtschaftlichkeit mit dem Eigenstromanteil noch klarer wird, habe ich die Kurve des Eigenstromanteils hier mal in den Hintergrund gestellt. Und was wir nun hier sehen ist, dass der Überschuss mit wachsender Anlagengröße zunächst mal zunimmt. Ist ja auch logisch. Aber dann sinkt mit wachsender Anlagengröße gleichzeitig auch der Eigenverbrauchsanteil und wir müssen immer mehr von unserem Strom ins Netz einspeisen. Dadurch wächst der wirtschaftliche Ertrag der Anlage mit zunehmender Anlagengröße immer langsamer. Bis der jährliche Überschuss irgendwann sein Maximum erreicht. Um dann sogar wieder kleiner zu werden. Und ab einer Anlagengröße von knapp 8 Kilowatt Peak muss man sogar jährlich Geld zuschießen. Daraus lässt sich erkennen, dass die Wirtschaftlichkeit abhängig ist vom richtigen Verhältnis von Stromverbrauch und Stromertrag. Und damit auch von der Anlagengröße. Oder anders ausgedrückt, die Wirtschaftlichkeit hat in unserem Beispiel ein Optimum bei ca. 2,5 Kilowatt Peak. Ab da sinkt die Wirtschaftlichkeit mit weiterer Zunahme der Anlagengröße stetig. Allerdings lag unserem Beispiel ja auch die Annahme zugrunde, dass wir die Anlage über 10 Jahre abbezahlen wollen. Wenn man die Anlagenkosten über die vollen 20 Jahre streckt, in denen man die Einspeisevergütung sicher hat, ergibt sich ein deutlich positiveres Bild. Jetzt steigt der monetäre Überschuss mit steigender Anlagengröße bis 10 Kilowatt Peak sogar stetig an. Daraus könnte man nun die Empfehlung ableiten, dass man die Anlagengröße möglichst groß wählen sollte. Denn je größer die Anlage, desto größer ist auch der Überschuss. Ja, das stimmt. Das könnte man so sagen. Zumindest dann, wenn die Rendite eine untergeordnete Rolle spielt. Und für die von euch, für die die Rendite des eingesetzten Kapitals möglicherweise auch noch eine Rolle spielt, habe ich für das eben gezeigte Beispiel auch nochmal die Rendite berechnet. Und hier kann man sehen, dass die Rendite mit zunehmender Anlagengröße stetig abnimmt. Und auch das ist relativ einfach zu erklären, weil ja der Eigenstromanteil mit jeder zusätzlichen Kilowatt Peak kleiner wird. Die Kurven von Eigenstromanteil und Rendite verlaufen daher parallel. Bei einer Betrachtung über 20 Jahre, also dem Zeitraum, über den die Einspeisevergütung gesichert ist, ändert sich die Rendite in unserem Beispiel aber ab einer Anlagengröße von 5 Kilowatt Peak nicht mehr nennenswert. Bei 5 Kilowatt Peak liegt die Rendite bei gut 6 Prozent und auch bei einer 10 Kilowatt Peak Anlage liegt sie gegenüber einem Sparbuch bei immer noch großartigen 4 Prozent. Daher kann man als Zwischenfazit festhalten, eine wirklich eindeutige optimale Anlagengröße, die gibt es nicht. Es ist immer eine Abwägung zwischen will ich einen möglichst hohen Autarkiegrad oder eine möglichst hohe Rendite. Beides zusammen geht nicht. Aber es gibt zumindest einen Daumenwert, der als Orientierung ein guter Kompromiss dienen kann. Und dieser Orientierungswert ergibt sich, wenn man den Stromverbrauch mal 1,3 geteilt durch 1000 nimmt. Beispiel bei einem Stromverbrauch von 4000 Kilowattstunden wären das 4000 mal 1,3 geteilt durch 1000 gleich ca. 5 Kilowatt Peak. Bei dieser Anlagengröße hat man noch einen ordentlichen Ertrag bei einem Autarkiegrad von 25 Prozent und einer Rendite von gut 6 Prozent. Klar ist aber auch, dass die Wahl einer passenden Anlagengröße mit euren zukünftigen Plänen zusammenpassen muss. So eine Anlage wird schließlich die nächsten 30 Jahre lang Strom produzieren. Da kann viel passieren. Zum Beispiel wird die Elektromobilität zukünftig eine größere Rolle spielen, wodurch sich die erforderliche Größe von PV-Anlagen immer weiter nach oben verschiebt. Die optimale PV-Fläche liegt dann wahrscheinlich eher jenseits der Grenze der überhaupt vorhandenen Dachflächen. So gesehen ist es durchaus ratsam, die Anlage in Richtung der maximal zur Verfügung stehenden Fläche zu verschieben. So ihr Lieben, ihr merkt schon, Photovoltaik ist ein heißer Scheiß und insgesamt eine runde Sache und kann wirklich ohne große Einschränkungen empfohlen werden. Wenn du die Möglichkeit dazu hast und die Rahmenbedingungen stimmen, rate ich dir, baue eine PV-Anlage. Je früher, desto besser. Ich selbst bin übrigens in der beschissenen Lage, keine PV-Anlage auf meinem Dach schrauben zu können. Mein Haus steht dummerweise unter Denkmalschutz und nach all dem, was wir bisher in dieser Folge gelernt haben, sollte das jetzt einen möglichst großen Mitleidssturm bei euch auslösen. Ich bin gespannt auf eure Kommentare, in denen es von Mitgefühl nur so wimmeln sollte. Danke dafür übrigens schon im Voraus. Bevor ich euch entlasse, kommen hier aber noch ein paar harte Fakten bezüglich Fragen, die in Verbindung mit Photovoltaik immer wieder aufploppen. Erstens. Liefert die Photovoltaik denn überhaupt relevante Beiträge zu unserer Stromversorgung? Die Antwort lautet, ja, das tut sie. Sogar heute schon. Im Jahr 2020 lieferte die Photovoltaik laut Fraunhofer-ISE satte 10,4% der Bruttostromproduktion sämtlicher Kraftwerke in Deutschland. Alle erneuerbaren Energien zusammengerechnet kamen sogar auf 50,5%. An sonnigen Tagen kann PV-Strom zeitweise über zwei Drittel des unseres momentanen Stromverbrauchs decken, was uns automatisch zur Frage 2 führt. Zweitens. Überlastet PV-Strom unser Energiesystem? PV-Strom wird überwiegend dezentral eingespeist und stellt daher im Vergleich zu Großkraftwerken eher geringere Anforderungen an unsere Stromnetze. Im Bereich von hohen PV-Anlagendichten kann es an sonnigen Tagen aber durchaus passieren, dass die Stromproduktion den Stromverbrauch in einem Netzabschnitt mal übersteigt. Solche Netzengpässe durch Photovoltaik sind aber eher selten. Laut Bundesnetzagenturen lag der im Jahr 2019 durch Solarstrom abgeregelte Anteil bei lediglich 2,7%. Beim Windstrom waren es im selben Jahr 96,7%. Laut einer Studie der Agora-Energiewende wird das deutsche Stromnetz auch bei einer Verdopplung der heute installierten PV-Leistung unseren Strom auch ohne nennenswerten Ausbau der Netze transportieren können. Drittens. Gefährdet Solarstrom unsere Versorgungssicherheit? Die Antwort ist eindeutig Nein. Die Versorgungssicherheit hat parallel zum Ausbau der Photovoltaik sogar zugenommen. Das hat auch damit zu tun, dass sich Photovoltaik und Windenergie im Jahresverlauf ziemlich gut ergänzen. Was ihr hier seht, ist zunächst nur die Solarstromproduktion über mehrere Jahre dargestellt. Die Berge im Sommer und Täler im Winter sind gut zu erkennen. Wenn man aber nun die Windkraft darüber legt, sieht man, dass die Berge und Täler genau umgekehrt verteilt sind. In der Summe ergibt sich dadurch ein im Jahresverlauf viel gleichmäßigeres Stromproduktionsbild, als wenn man nur PV oder nur Wind alleine betrachtet. Viertens. Exportieren wir massiv PV-Strom ins europäische Ausland? Nein. Der gewachsene Exportüberschuss der letzten Jahre kommt vor allem aus Kohlekraftwerken. Und das liegt an den immer noch viel zu geringen Erzeugungskosten für Kohlestrom. Auch weil Kohlekraftwerke viel zu wenig für ihre CO2-Emissionen zahlen müssen. Die Strom-Gestehungskosten von Kohlestrom liegen im Mittel bei rund 7 Cent pro Kilowattstunde. Photovoltaik-Strom kostet dagegen rund 10 Cent. Und das, obwohl Kohlestrom pro Kilowattstunde einen fast 20-fach höheren CO2-Ausstoß hat. Meine Meinung dazu? Ich persönlich fände es fantastisch, wenn wir anstatt Kohlestrom mehr Photovoltaik-Strom nach Europa verkaufen könnten. Fünftens. Erzeugt die PV-Branche nur noch Arbeitsplätze in Asien? Nein. Aber Deutschland hat in den letzten Jahren tatsächlich viele Arbeitsplätze in der PV-Branche verloren. Die PV-Branche beschäftigt im Jahr 2018 ca. 24.000 Menschen in Deutschland und damit mehr als im Braunkohlebergbau beschäftigt sind. Aber trotz der hohen Importquote bei PV-Modulen bleibt der Großteil der Wertschöpfung in der PV-Branche im Land. Das Fraunhofer ISE rechnet dazu vor, dass lediglich 30% der Einspeisevergütung nach Asien fließen. Hinzu kommt, dass die asiatischen PV-Produktionen teilweise auch Produktionsanlagen aus Deutschland nutzen. Langfristig ist ohnehin zu erwarten, dass durch die sinkenden Produktionskosten von PV-Modulen bei steigenden Frachtkosten und langen Frachtzeiten die Wettbewerbsfähigkeit europäischer Modulhersteller sich wieder verbessern wird. So, liebe Freunde der Sparkunst, genug gefaselt für heute. Wenn es mit der heutigen Folge gelungen sein sollte, euch einen etwas besseren Überblick über das Thema Photovoltaik verschafft zu haben, dann würde mich das wirklich sehr freuen. Und wenn ihr nun über die Anschaffung einer PV-Anlage ernsthaft nachdenkt und zusätzlich auch überlegt, euch noch einen Stromspeicher draufzupacken, dann schaut euch doch vorher noch die Folge zum Solarspeicher an. Auch die kann euch möglicherweise Orientierung bei der Wahl eines geeigneten Speichersystems geben. Und immer dran denken, Photovoltaik-Strom verursacht 13 Mal weniger CO2 als unser Strommix. Und das gilt noch mehr für richtigen Ökostrom, in dem auch noch Windkraft drin steckt. Der hat im Mittel sogar einen 16-fach geringeren CO2-Ausstoß als der Strommischmasch. Das bedeutet, ihr braucht nicht mal ein Dach, um ab sofort beim Klimaschutz mit dabei zu sein. Und damit verabschiede ich mich und sage Bye Bye bis zum nächsten Mal hier auf diesem Kanal. Euer Energiesparkommissar.